herzlich willkommen bei diesem nunmehr dritten video aus der aufsehen erregenden reihe du machst eine lp ausbildung genau wir kommen zum ende ja und ja das ende ist am anfang habe ich ja nur noch ein wochenende wie geht es denn jetzt weiter glaubst du bestehst ich muss mir zum glück diese frage nicht mehr stellen genau zum zum ende der ausbildung kommt normalerweise die frage nach der zertifizierung dieser auftaucht und tipp nummer eins entspann dich ja es ist da kommen so oft die schultraumen hoch die leute irgendwie prüfung 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 irgendwie schrecklich und deswegen zur beruhigung wenn du richtung zertifizierung gehst dann kennen wir uns schon 15 16 17 18 tage und sollte es von meiner seite aus ernsthaft bedenken geben dass das keine gute idee wäre zu zertifizieren hättest du es dann bereits erfahren an dieser stelle und von daher kann man im grunde sagen wer in die zertifizierung reingeht schafft es auch weil sonst hätte es vorher feedback gegeben weil ich der meinung bin in der prüfung wird geprüft ob der trainer den job gut gemacht hat also da kann ich doch nicht irgendwie wie sich nicht schlechten unterricht geben und dann leute die prüfung fallen lassen das ist nicht möglich und darum gibt es das feedback vorher wir geben zertifikate aus von drei verbänden landsiedel also l n l p t vom i n und vom dv n l p für um die zu kriegen muss man die schriftliche arbeiten einreichen und das ist dann für alle das heißt wenn du die arbeiten einreichst gibt es von allen verbänden die zertifikate und siegel außer vom dv n l p bei online ausbildungen der dv n l p anerkennt keine online ausbildung mehr das heißt wer präsenz macht bekommt landsiedel in und dv n l p bei der schriftlichen arbeit und wer online macht bekommt landsiedel und in für die online ausbildung es gibt in jeder stufe ist eine sache gleich nämlich das schriftliche neuen gut also pro trainingstag die frage beantworten was war nur gut inhaltlich und was war nur gut für dich persönlich in einer entwicklung und dann für jede einzelne stufe noch eine stufenspezifische schriftliche arbeit die sagen wir jetzt nicht ne das ist so der klassiker also die ist aber kurz es müssten jeweils zwei drei seiten sein also braucht man auch wirklich nicht viel zu schreiben weil der wichtige der wichtige teil ist ja der von eben sechs stattfindet das heißt es gibt in jeder stufe einen am vorletzten trainingstag einen ritual ist das richtige wort für die schule zeremonie zeremonie in anwesenheit der gruppe in trainer und kreuz ist es relativ klar also als trainer macht man halte kurz präsentation als coach macht man ein coaching und es gucken jeweils die anderen zu und in praktischen und master sind das jeweils interviews fachinterviews wer stress machen will nennst mündliche prüfung wo wir halt über ein bestimmtes nlp thema uns unterhalten und danach gibt es das zertifikat als erst mal ist es so wenn du die zehn wochenenden oder die vier blöcke also die 20 tage fertig hast bekommst du auf jeden fall eine optisch ansprechend gestaltete teilnahme bescheinigung die schon ordentlich was her macht übergangsweise und sobald du dann die schriftlichen sachen einreichst gibt es das zertifikat und der rekord liegt bei sehr langer zeit und manche machen es nach einem viertel oder einem halben jahr manche auch nach ein paar jahren also solange es uns gibt ja kann man das so wenn du so einreichst bekommst du es genau die sachen dafür ist es das was deine frage dazu war ja auf jeden fall ja und ja dann habe ich jetzt mein zertifikat oder auch noch nicht ist noch in arbeit wie mache ich denn jetzt weiter aber glaube ich im zweiten oder ersten video gesagt im grunde ist das hier ein einziger fortlaufender kurs der nur zwischendurch den namen wechselt also die meisten machen irgendeine art weiter und manchmal wenden sie sich vertrauensvoll an dich weil sie wissen wollen was von den sieben möglichkeiten die ich jetzt zum weitermachen habe ist die beste und ich antworte dann alle weil das schlimme ist hätte ich auch gesagt es ist fast egal es ist fast egal also wir machen es hier auch so du kannst unabhängig von deinem vorwissen kannst du jeden kurs besuchen wir hatten jetzt auch gerade im letzten trainer eine frau die hatte null nlp vorkenntnis judith mit der wir auch einen podcast gemacht über schule und lernen die die kam ohne vorkenntnis in den trainer hat ihr unglaublich viel gebracht das einzige was in dem fall ist es gibt natürlich kein zertifikat dafür mit dem verbandziegel weil da muss man die reihenfolge einhalten dass man erst praktischer macht und dann master und dann wartezeit und dann trainer aber wer sich zutraut vom wissen ist in jedem kurs willkommen das einzige wovon ich wirklich ab also praktischer und coach ist zum einsteigen trainer ist wenn man damit eine gewisse vorerfahrung hat auch normalerweise schaffbar das einzige wo ich wirklich abraten würde ist den master zu machen ohne praktischer also da verstehst du eigentlich nichts aber ansonsten gibt es dann jeweils den nächsten kurs machen oder einen anderen kurs machen oder den kurs wiederholen das sind die möglichkeiten und da gibt es dann die wiederholer preise die sind günstige ich glaube das sollte man sich fast auf der homepage angucken wir machen mal ein extra video als noch davor wo unsere preisstruktur erklären weil die ist leider ein bisschen komplex ja ansonsten kann man sich ja auch jederzeit mit fragen an mich wenden wirklich über das war noch mal ein extra video machen ist ja auch dafür gedacht dass man übergänge füllen und kontakt halten kann also inzwischen wenn irgendwann halbes jahr dazwischen ist macht man halt über edomanto weiter ist im update dabei besucht die webinare hält kontakt in der art genau das alle fragen für unser drittes das waren schon alle fragen sechs minuten weiter was soll es noch weiter geben im anschluss außer dass man dann ein großer ein teil der großen community ist und das stimmt warum fragen die leute so viel gegen ende aber die hauptfrage ist immer zertifizierung das ist immer zertifizierung irgendeine bestimmte frage zur zertifizierung da machen sich ganz viele leute im kopf dabei ist es so ein schönes ereignis dieser abschluss also wirklich zelebriert der abschluss und es ist wirklich ich erinnere mich gerne daran zurück ja jetzt vor allem wirklich das wir haben jetzt das letzte mal das auf die art gefeiert im trainer wie wir es noch nie gemacht haben und jetzt auch angefangen im praktischen als zu feiern es ist schon wirklich schön mitzukriegen wenn man sich so lange begleitet was sich bei den leuten dann ändert und es geht ja kaum einer wirklich es ist ja wirklich so einfach eine stufe die man macht und dann kommt halt die nächste stufe genau okay wir werden demnächst noch ein video machen über die online geschichten und vielleicht noch mal eins ganz davor über die die kurs und preisstruktur erklären ja für heute war es das tschüss tschüss